Guten Tag, meine Damen und Herren. Zuerst möchte ich mich bei der Schubertiade für die Einladung bedanken und natürlich bei Ihnen für Ihre Bereitwürdigkeit. Ich möchte etwas zu dem Thema François Couperin auf dem modernen Klavier sagen, denn es ist heute für mich ein besonderes Ereignis. Ich spiele diese Musik auf so einem Instrument zum ersten Mal. Ich habe sie oft auf historischen oder nachgebauten Instrumenten gespielt oder auch als Zugabe, was mehr oder weniger als Versuchslabor gilt. Man könnte meinen, und ich habe auch so gedacht, dass diese Musik in einer dermaßen engen Verbindung mit den damaligen Cembalo-Instrumenten entstanden sei, dass sie nur auf solchen Instrumenten klingen würde. Aber je mehr ich die Werte, den Geschmack und die eigenen Schriften von François Couperin betrachtete, desto unbeschränkter erschienen mir die Möglichkeiten. François Couperin, auch wenn er ein bedeutender Cembalist gewesen ist, hat er nicht nur an Tasteninstrumente gedacht. Bei dem ersten Stück, das ich jetzt spielen werde, Le Rossignol en Amour, hat er sogar geschrieben, dass dieses Stück auf der Flöte so gut klingen würde, man könnte es nicht besser. Doppelpunkt. Wenn es gut gespielt wird. Wenn es gut gespielt wird. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.